er kommt er kommt er kommt da ist er nein er ist unten er läuft die idee ist warte ich kann sich ich hatte die anderen ist das ihr scheiß kinder ich krieg die krise hallo und herzlich willkommen ich bin bekomme ich meine Katze haben wirkommen flooded parallel mit dem Exos primat ja ja und es geht sofort weiter ich hab schon wo bist du denn ich geh ins haus rein schon wieder er ja letztens auch wo wir wieder angefangen haben es aufzunehmen wenn kein fan von lave ist er hat mich letztens so zerhackt und gekämpft hat der wichser auf aber ich habe den haupt generator ja ja der das kreis ist krank der scheiß kannibale was fällt hinein jetzt hängt er ihn auf direkt beim haken er hat ihn abgeschmissen was macht er denn er zeigt genau habe es bei mir die musik so übel so laut ich bin oben im keller ok ich bin oben die zeit zum retten er versucht sich selbst zu befreien also ich bin ja hier oben drauf aber ich bin fast fertig und sonst also ich glaube jetzt jetzt nicht holen das zuwässer voll weg geht los was geht bist du das hier ach das bist du ja ich dachte wortzen retten ja also er hat mein ansatz ist klar ich wollte ich habe eine taschenlampe wie geil verratze ihn junger komm her ich habe so schnell kommt bestimmt gleich her wir müssen nicht weg 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 ich glaube ich umlaufen er ist irgendwo wo scheiße natürlich kann ich daraus oh gott war es knapp wo die helfe ich würde alles klar ich bin hier oben im haus drin ich bin direkt hier oben rüber ja was ist sie hat kein bock mehr sie ist rausgegangen aber wenn sie aufgehangen wäre wäre sie tot gewesen weil sie ja schon gekämpft hat ich sehe ihn er kommt noch nicht zu er kommt noch nicht zu ok ich gehe an den generator mal bei aber er ist kein camper ne das ist schon mal gut oh gott ist hier nicht in den schrank irgendwo er ist genau unter mir ich könnte kotzen ich seh gleich hat er mich nein oh fick dich alle mit seiner scheiß Ketze ey mann ich kappe wer dann wer dann er kommt noch zu rein wenn du das bist das bin ich ich hänge jetzt ja ich bin in den schrank geht er weg ja er läuft genau in die entgegensetzungsrichtung kannst du rauskommen ich komme schnell 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 diese scheiß lederfrisse komm jungen ich helf dir ich kann mich selbst feilen ich kann mich selbst feilen ok ich glaube er guckt hier rein er hat gesehen wie ich lang gelaufen bin nein in welche richtung nein nein er hat in den schrank geguckt ich bin immer noch da gewesen ich wollte gleich schnell er schreit auch mal wie so ein abgestochener ich bin der liegt lauter jungen wo ist er gelaufen zu einer anderen alten hin zu einer anderen alten hin aber ist sie großem Haus ne gut ich bin auch gegen den sitz er hat sie im schrank gefunden sie war im schrank du musst mich heilen lauf da lang ja wo laufen lang erst mal schnell er wird jetzt herkommen komm hier heile mich hier hier er kommt er kommt er kommt auf die Idee jetzt nein warte ich hätte den anderen es gibt sich ich hätte den anderen nein ist das ein scheiß kinder ich krieg die krise oh mann warum denn ich hab ihn noch gesehen wie er ins haus läuft er kommt zu dir er kommt zu dir er kommt zu dir weg nein nein er hat mich nein er hat mich über den Kopf gezogen jungen die Sau ey der ist gut man der ist jetzt jagt er die andere alte nein er hat mich Sau superkiller jungen sie läuft zu dir hin ich hoffe er kommt zu mir aber er muss kämpfen hat mich über den Kopf er hat sich gewonnen sie hat sich gewonnen sie hat sich gewonnen sie hat sich gewonnen oh ist sie dumm nein er ist so brutal der Typ der ist gut der ist gut der ist nicht gut er töttet einfach mal alle krasser boy oah das ist das ist mal ein kämpfer er kämpfer killer der mir gefällt ey der weiß wo ich bin wir werden alle sterben aber ich werde kämpfen Hut ab jungen krasser keine knall die der was was das ist wow ee ja Gott bei mir nein 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 ich guck dir noch beim sterben zu sehr schön freut er sie ja ja das ja ja das soll es auch schon wieder gewesen sein ich hoffe euch hat es gefallen wenn es euch gefallen hat lassen daumen da ja von meiner seite erst mal hingekloppt und ich habe auch kein blut tropfen verloren